Dieser wunderschöne Ford Focus Titanium könnte schon bald vor Ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Autohaus Wismar. Der Motor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die anklappbaren Spiegel bieten beste Übersicht. Fünf Türen erleichtern den Einstieg, auch hinten. Die abgedunkelten Scheiben sehen schick aus und lassen die Sonne draußen. 16 Zoll Leichtmetallräder unterstreichen den luxuriösen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Vordersitze sind sehr bequem, auch auf längeren Fahrten. Fußmatten gibt's bei uns dazu. Für Ihre Sicherheit stehen ABS, ESP und Airbags parat. Ebenso die heizbare Frontscheibe und Nebellappen vorne. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem Ford Focus Titanium und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie noch viel Spaß haben. Der EcoBoost Motor ist erster Sahne. Kommen Sie doch einfach mal vorbei und fahren Sie in Probe. Das Team von Wismann freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017